Unternehmernetzwerktreffen in Dubai jeden Mittwoch von 12 bis 14 Uhr. Wie funktioniert das Ganze und wie du teilnehmen kannst? Das jetzt in diesem Video. Ganz zu Anfang, wenn du teilnehmen möchtest, habe ich oben in den Highlights Meet Dubai. Dort kannst du einmal draufklicken und dich auf die Gästeliste eintragen. Wir schauen dann, wer hat sich dort eingetragen und bringen die passenden Personen zusammen. Das heißt, wenn wir sehen, dort ist ein Bauträger, dort ist der und der, dann versuchen wir jedes Event in kleinen Gruppen die passenden Leute zusammenzuwürfeln. Jemand sucht einen Investor mit einem Family Office oder so. Also wir schauen uns das Ganze schon an und verbinden die passenden Personen. Dann gibt es dort einen kleinen Mindestverzehr von ungefähr 30 Euro, 30, 35 Euro, wo du einfach frei bestellen kannst, was du möchtest. Das ist der Mindestverzehr vom Restaurant aus. Und was ich ganz cool finde, ist, wir machen das so, jeder steht einmal kurz auf oder auch im Sitzen und stellt sich kurz vor, was er macht. Und dann kann man die Plätze immer wieder wechseln. Jeder kann sich mal zu dem anderen setzen. Das ist auch erwünscht. Also man soll nicht die ganze Zeit am gleichen Platz sitzen bleiben. Wenn du teilnehmen möchtest, trag dich jetzt auf diese Gästeliste ein. Wir schauen dann, ob das Ganze dann zu diesem Tag passt. Und das, was wir beim nächsten Mal auch ein bisschen machen wollen, ein bisschen Social Media Push mit reinbringen. Das heißt, wir wollen dich noch ein bisschen präsentieren. Das kannst du bei mir auf dem Profil mal sehen. Ich habe immer wieder die verschiedensten Unternehmer dort, und die ich bei mir auf dem Kanal präsentiere, damit die halt vorstellen, was die so machen. Und die haben bis jetzt auch alle immer wieder Kunden gefunden, wie Dubai, Exportschokolade, Schafe exportieren, Immobilienverkäufer, Goldvertrieb, alles Mögliche. Das stellen wir vor. Und wenn du da Interesse dran hast, kannst du dich sehr, sehr gerne jetzt auf diese Gästeliste eintragen. Und wir sehen uns dann vielleicht nächsten Mittwoch. Bis zum nächsten Mal.